Ich mache heute Abend die Moderation und erstmal herzlich willkommen euch allen. Ich freue mich total, dass ich die Genossin Sharma Surround heute hier begrüßen kann. Sharma ist aktiv in den USA in der Schwesterorganisation der SAV, der Socialist Alternative. Und Sharma wurde 2013 in den Stadtrat von Seattle gewählt. Damit war Sharma die erste sozialistische Stadträtin in den USA seit über 100 Jahren. Sharma ist ein wichtiger Teil der Bewegung für einen Mindestlohn von 15 Dollar in den USA. Ein wichtiger Teil von Kampagnen gegen die etablierte Politik. Die Politik für die Reichen, für die Bosse von Banken und Konzernen. Und seit der Wahl von Sharma war Sharma ein wichtiger Sprachraum für die Arbeiterbewegung in den USA. Nur sechs Monate nach der Wahl von Sharma wurde in Seattle ein Mindestlohn von 15 Dollar die Stunde beschlossen. Sharma ist erste Schritte gegangen hin zu einer Millionärsteuer in Seattle. Sharma setzt sich ein gegen Mieterhöhungen. Sharma fordert ein besseres und ausfinanziertes öffentliches Verkehrsnetz. Sie setzt sich ein für den Mindestlohn auch in anderen Städten, wie wir vorher auch schon in der Veranstaltung mit Sharma gehört haben. Und vor allem benutzt Sharma ihre Position, um Bewegungen aufzubauen, um Leute aufzurufen, selbst aktiv zu werden und um Streitbewegungen zu unterstützen. Und was ich halt total cool fand, was Sharma mal gemacht hat, wollte ich euch nochmal erzählen. 2013, ein paar Schlagzeilen, die es damals über Sharma gegeben hat. Da war ein Protest der Maschinisten bei Boeing und Sharma hat diesen Protest unterstützt. Und ich will euch mal erzählen, was da passiert ist. Und zwar, Sharmas Gegner haben sozusagen öffentlich gesagt, ja, jetzt sollen sich sozusagen die dummen Wählerinnen und Wähler in Seattle mal angucken, wen sie da gewählt haben. Weil Sharma war sozusagen so frech, als hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter bei Boeing gekämpft haben, sozusagen. Zu sagen, dass sie ihre Arbeitsplätze verteidigen sollen, dass die Arbeitsplätze nicht verlegt werden sollen in anderen Staaten, dass sie die Fabriken selbst übernehmen sollen und dass die Stadt für die Profitgare von Boeing für die Bedürfnisse der einfachen Bevölkerung arbeiten soll. Und das fand ich halt sauweiß, was Sharma da gemacht hat. Das wollte ich euch auch nochmal erzählen. Und die Ideen, was man da auch eben so sieht, die Ideen, für die Sharma in der Bewegung steht, haben halt total viel Unterstützung gewonnen in der Bevölkerung. Und anders als ihre Gegnerinnen und Gegner sich das gewünscht haben, war es so, dass 2015 Sharma mit großem Abstand zu ihren Gegenkandidaten wiedergewählt wurde. Was auch zeigt, wie viel Unterstützung die Ideen, die Sharma vertritt und die Bewegung eben in der Bevölkerung gewonnen hat durch Sharmas Arbeit. Und was ich auch nochmal sagen wollte, ich finde, Sharma ist halt auch deswegen eine wichtige Person, weil sie anders ist als all die etablierten Politiker, als alle anderen im Politbetrieb. Denn Sharma bereichert sich nicht selbst durch ihre Arbeit. Sharma nimmt einen Facharbeiterlohn, gibt den Rest des Lohns, den sie bekommt. Genau, sie gibt den Rest, wir haben vorher gehört, sie kriegt einen sechsstelligen Lohn, da sieht man mal wieder so, was die Politiker alles zu verdienen den ganzen Tag. Aber sie gibt den Rest, alles was über diesen Facharbeiterlohn hinausgeht, eben der Bewegung und der Organisation Socialist Alternative, um diese weiter aufzubauen und die Arbeit und Bewegung voranzutreiben. Genau, und wie Sharma eben ihre Position auch nutzt, um die Bewegung zu unterstützen, hat man auch daran gesehen. Sharma hat jetzt neulich erst sozusagen öffentlich gemacht, dass ein Schwarzer in den USA von dem Seattle Police Department umgebracht, ermordet wurde. Und dafür ist Sharma jetzt auch angezeigt worden, durch ihre Gegner, eben aufgrund von sogenannter Verleumdung, weil sie diesen Fall eben öffentlich angeprangert hat und öffentlich gemacht hat. Und wie ich so scherzhaft bin, Sharma gerade halt auch gesagt hat, so im Hip-Hop sagt man ja auch, wer keine Haters hat, ist nicht viel so. Sharma ist okay, so ein bisschen... Und wir haben eben gesehen, so seit der Wahl von Donald Trump sind Sharma und auch alle anderen Genossinnen und Genossen von Socialist Alternative ein wichtiger Teil in den USA beim Aufbau von Widerstandsbewegungen gegen Donald Trump, die wir auf der ganzen Welt gesehen haben, bei der Frauenbewegung, die sozusagen der größte weltweite Massenprotest in den letzten Jahren gewesen ist und auch in den Protesten eben gegen Donald Trump. Und dazu werden wir uns jetzt gleich mal kurz ein Video angucken. Ja. 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 Ja diese Mehrheit. Ja. Ja. Ich glaube, dass die ersten 100 Tage von meiner Administration ist, dass die meisten in unserer Länder zu beherren. Begins of workers have slipped into low-paid, part-time jobs, swelling the ranks of the working poor, while the American middle-class steadily withers. Then you have them with dogs, like Trump, come to war, who says, I don't know if I was the Albums. Remember, a few months ago, the cause was that Mexicans who were coming into this country were they criminals or riffs. Panic and chaos in Charlottesville, a car plowing through counter-protesters. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. So many teachers descended on a state capital, 5,000 in all, only shut down access, leaving a line of teachers hoping to get inside and give lawmakers a piece of their mind. I really believe I'd run in there even if I didn't have a weapon. Politicians who sit in their gilded house and senate seats funded by the NRA telling us nothing could have ever done to prevent this. We call VX! 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 We call Gert Kinds of Stratus Julyant Und von der Karte Ich hab' jetzt gerade auch noch mal gemerkt, wenn Donald Trump redet, die meisten lachen ja so, ich find's auch ziemlich lächerlich, was er sagt, aber ich glaub' gleichzeitig sehen wir natürlich, die Situation ist natürlich eigentlich überhaupt nicht zum Lachen, denn wie in vielen anderen Ländern der Welt auch, ist es in den USA so, dass mit Donald Trump ein reaktionärer, rassistischer, sexistischer und zutiefst arbeiterfeindlicher Kandidat Präsident ist, der an der Spitze der Regierung steht. Und wir sehen, dass die etablierte Politik, die auf die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern Erwerbslosen und Armen spuckt und weiter Politik für die Profite von Banken und Konzernen macht. Und gestern Abend hat Sonja aus Österreich auch erklärt, dass genau das eigentlich der Grund ist, warum Kandidaten wie Donald Trump teilweise auch Unterstützung bekommen, weil sie halt die Leute belügen und weil sie behaupten, sie wären diejenigen, die, wie Ksham es vorher ausgedrückt hat und Donald Trump es mal in der Rede gesagt hat, sozusagen den Sumpf trockenlegen, die endlich mal was sagen gegen die etablierte Politik. Aber wie man jetzt eben auch an der Regierung von Donald Trump sieht, ist daran kein Funken Wahres sozusagen, sondern eigentlich nur viele Lügen so. Aber die ganze Welt hat auch gesehen, wie nach der Wahl von Donald Trump mit den Protesten der Frauen und auch anderen die größten Proteste in der Geschichte der USA jemals stattgefunden haben. Wir haben gesehen, wie seit der Ermordung von Michael Brown und dem Aufstand in Ferguson es immer wieder zu Protesten kommt gegen die rassistische Polizeigewalt, gegen den Rassismus des US-Establishments. Und 2017 war es wieder so, dass ungefähr 1000 Leute in den USA, also 1000 Menschen, von der Polizei ermordet worden sind und ein großer Teil davon eben die schwarze Bevölkerung. Am 14. März kamen fast eine Million Schülerinnen und Schüler auf der Straße demonstriert gegen die Waffengewalt an Schulen, genauso wie gegen die rassistische Polizeigewalt in den USA. Und in den Prozessen während der Krise und auch in der Kampagne um Bernie Sanders haben wir auch gesehen, dass immer mehr Menschen für linke und sozialistische Ideen eintreten, dafür offen sind. Und wie Chama damals in einem Artikel geschrieben hat, war es so, dass vor drei Jahren das meistgesuchte Wort auf Google in den USA Socialism gewesen ist. Und heute beginnen immer mehr Menschen in den USA, sich selbst zu organisieren. Und in so einer Situation haben wir natürlich total viele Fragen an Chama, an Aktivistinnen und Aktivisten in den USA und fragen uns nach Aussichten für sozialistische Organisationen in den USA, nach dem Weg, auf dem es zu einem Aufruhr von der neuen und schlagkräftigen kämpferischen Linken in den USA kommen kann. Wir fragen uns, wie groß eigentlich die Gefahr ist von rechten Parolen, wie denen von Donald Trump, den Republikanern, aber auch Teilen des demokratischen Establishments. Wir fragen uns, welche Rolle die Demokraten eigentlich spielen. Und ich bin ganz sicher, dass Chama uns heute einige gute Antworten und noch viel mehr Antworten eigentlich geben wird in ihrer Rede und in ihren Beiträgen und freue mich auch schon auf unsere Diskussion. Und in dem Sinne freue ich mich jetzt zum allerersten Mal auf die Rede von Chama. Und nochmal herzlich willkommen von Chama und vielen Dank, dass du den Weg heute hierher geschafft hast und mit uns diskutierst. Applaus Comrades and friends, thank you for graciously inviting me to your socialism conference. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr mich zu der Sozialismuskonferenz eingeladen habt. It is really wonderful to be here in this beautiful city of Berlin. Es ist sehr schön, in dieser schönen Stadt Berlin zu sein. Ich bringe euch die Grüße von der Arbeiterklasse in den USA und von meinen Genossen und Genossen von Socialist Alternative, der US-amerikanischen Sektion des Komitees für eine Arbeiterinternationale. As you all know, the election of Donald Trump in the United States sends shockwaves around the world and many of the events since have had worldwide impact. Ihr habt natürlich alle mitbekommen, dass die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten wahren Schocks in der Welt verursacht hat und weitere seitdem er präsidiert. In der Nacht, als er gewählt wurde, da waren viele natürlich quasi gelähmt. Also die demokratische Partei war komplett gelähmt und viele haben nur gejammert sozusagen. Unsere Organisation, die CWI, Socialist Alternative, entdeckte, dass die Menschen heartbroken waren, aber sie waren auch angreif und wollten sofort kämpfen. Hat unsere Organisation aber noch in der gleichen Nacht verstanden. Natürlich war das für viele niederschmetternd, aber gleichzeitig haben wir verstanden, dass viele bereit sind, sich sofort dagegen zu wehren. Die very day after the election, Socialist Alternative organized protest in city after city, New York, Boston, Chicago, Minneapolis, San Francisco, Oakland and Seattle and we got 50,000 people out on the streets. Wir wissen ja gar nicht, was ich gesagt habe. Also direkt am Tag nach der Wahl hat Socialist Alternative in verschiedenen Städten, zum Beispiel New York, Boston, Oakland, San Francisco, Minneapolis, Chicago, Menschen auf die Straße gebracht und insgesamt waren 50 tausend direkt am Tag nach der Wahl auf der Straße. 50 tausend, also 50 tausend. Since that time, as you know, we have seen an incredible growth of protest movements, a new generation of Americans moving into struggle, a new awakening, greatly inspired by Bernie Sanders. Und seit dieser Zeit haben wir ein massives Wachstum verschiedener Bewegungen gesehen. Wir sehen, wie eine neue Generation von US-Amerikanern und US-Amerikanern sich organisiert, sich in Bewegung setzt und auch ein Erwachen, was durch den Auftritt von Bernie Sanders durchaus inspiriert ist. A Harvard University poll in April of last year found that 51% of those aged 18 to 29 years of age do not support capitalism and are attracted to socialism. Eine Umfrage, die Harvard im April 2016 vorgenommen hat, hat zu dem Ergebnis gefühlt, dass 51% der Menschen zwischen 18 und 29 Jahren den Kapitalismus nicht unterstützen, sondern ihn ablehnen. In den letzten 15 Monaten haben wir auch das Chaos der größten krisisorientierten Presidenz der US-Amerikaner gesehen, mit einer allgemeinen Diskussion des Impeachments, die auf praktischem Geburtstag begonnen hat. Wir haben auch erlebt in den letzten 15 Monaten die US-Regierung in der Geschichte, die am meisten von Krisen geprägt war und von Chaos und im Prinzip eine Diskussion über eine Amtsenthebung von Donald Trump, die am ersten Tag nach seiner Wahl schon losging. Aber wie Katharina eben schon gesagt hat, wir sollten nicht den Fehler machen. Und sie glauben, Trump wäre eine Art Witz, nur weil er wie ein Clown auftritt. Weil Trump hat gehandelt. Er hat im letzten Jahr Geschenke an die Reichen gemacht, an die Elite der Konzerne, die sich bisher noch nicht gegeben hat in der Geschichte der USA. Einen dramatischen Abbau von Regulationen, äh von Regelungen. Und ein Angriff auf die hart erkämpften Rechte der arbeitenden Menschen. Und ernsthafte Versuche, jede Art von Opposition dagegen zu kriminalisieren. Und letztes Jahr gab es auch immer wieder Versuche, das bisschen, was es an Gesundheitsversorgung für die US-amerikanische Arbeit in der Bevölkerung gibt, auch noch zu zerstören. Und letztes Jahr, Genossinnen und Genossen, war auch das Jahr historischer Kämpfe im Zentrum der kapitalistischen Bestie. Am Tag nach seiner Amtseinführung war Trump mit den Zahlen, die sich größten Protesten in der Geschichte der USA konfrontiert als Millionen auf der Straße waren. Und dieses Jahr, am Jahrestag dieser Proteste zur Amtseinführung, waren wieder rund eine Million auf der Straße in Erinnerung an die Frauenproteste letztes Jahr. Und die sagt, die kämpften gegen sexuelle Belästigung, vor allen Dingen am Arbeitsplatz, unter der Parole MeToo. Over the last year, the MeToo collective struggle shook the establishment with brave women coming forward to challenge predatory rich men in the era when the predatory chief occupies the White House. Und das ganze letzte Jahr war davon geprägt, dass unter dem Slogan MeToo mutige Frauen gekämpft haben und sich dagegen gewandt haben gegen missbrauchende Bosse, während zur Zeit ein Missbrauchboss im Weißen Haus sitzt. Since then, the Parkland Massacre happened and very young people have marched for their lives against the epidemic of gun violence on school campuses and in the society at large. Wir haben nach dem Massacre in der Parkland High School erlebt, wie hunderttausende bis Millionen junge Menschen gegen die Epidemie der Waffengewalt in den USA und für ihr Recht aufs Leben auf die Straße gegangen sind. Und diese Wiederkehr der Massenkämpfe in den USA zeigt das große Potenzial für den Widerstand unter den jungen Menschen, die verstehen, dass dieses System ihnen keine Zukunft bieten kann. In den ersten Wochen ihres Amtes ist die Trump-Administration mit einer ganzen Reihe werktionärer Verordnungen losgelegt. Aber Trump sah sich sofort einer massiven Opposition gegenüber, vor allen Dingen gegen seine Reisebeschränkung für Menschen aus muslimischen Ländern. Proteste gab es in mehr als ein paar Ziele Flughafen. Und in Seattle hat die Socialist Alternative eine Proteste von über 6.000 Menschen geliefert. Proteste gab es in mehr als ein paar Ziele Flughafen und in Seattle allein hat die Socialist Alternative zusammen mit anderen Aktivisten 6.000 Menschen zu diesem Protest gebracht. Aber die Führung der Socialist Alternative hat auf uns angemessen. Wir haben nämlich nicht nur einen Protest gemacht, wir haben diesen Protest umgewandelt in direkten, gewaltlosen Widerstand, der dazu geführt hat, dass der SeaTac Flughafen Beisterre für mehrere Stunden blockiert wurde. Und das war der einzige Flughafen, an dem das passiert ist. Es war diese Kämpfe, vor allen Dingen die Blockade in Seattle, die die Gehirn in den Berichte dazu gebracht hat, zu reagieren und Trumps Anweisung erst einmal zurückzuweisen. Wir brauchen massenhaft Zivilen ungehorsam, um Trump und die herrschende Klasse zurückzuschlagen. Wir brauchen massenaktionen, um die 800.000 jungen Migrantinnen und Migranten zu verteidigen, die jetzt direkt von Abschiebungen bedroht sind. Wir brauchen massenaktionen gegen den vorgeschlagenen Grenzwahlen zu Mexiko, gegen die Politik von Krieg, Neoliberalismus und Umweltversicherung, die dazu führt, dass Millionen Menschen weltweit fliehen müssen. Trump behauptete in seiner Kampagne, er wäre angetreten, um den Sumpf trocken zu leben. Und er hat behauptet, er wäre der Freund, der arbeitete in den Menschen und stünde für die Frauen und Männer, die vergessen worden wären. Aber Trump ist ein Dhan man. Aber Trump ist ein Dhan man. Dhan man. Dhan man. Cheater. Dhan man. Ja okay. Aber es ist ein Betrüger, es lindert. Schaut euch nur sein Steuerprogramm an. Jetzt gerade hat er den größten Konzern Steuererleichterung von 1,5 Billionen Dollar zugeschreibt. Some of you may have seen his recent tweets against Amazon. Ähm, his tweet. Ja, ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Wochen die Tweets gesehen hat, die Trump gegen Amazon formuliert hat. In his tweets, Trump is criticizing Amazon. In his tweets, Trump is criticizing Amazon. Aber das ist nur ein total unehrlicher Versuch des Rechtspopulismus. Because, for example, through his 1.5 Trillion Dollar tax cut, Amazon has immediately got a tax break of 789 Billion Dollars. They don't have to pay those taxes. Yes. Okay. We are discussing, sorry. Amazon has got a tax break of 789 Billion Dollars. Alleine eine Steuererleichterung von 789 Billion Dollar. Million. Million. Sorry, okay. Also, Amazon hat einen sofortigen Steuererleichterungserleichterung von 789 Billion Dollar. Ich versuche nicht zu viele Nummern zu benutzen. Um Trump loszuwerden, müssen wir eine beständige und umfassende Bewegung aufbauen, einzelne Proteste erreichen natürlich nicht aus. Wir müssen neue Platzorganisationen aufbauen und neue Taktiken und Strategien entwickeln. Und diese Bewegung braucht eine korrekte politische Analyse dieses historischen Wendepunktes, an dem wir stehen. Wir sollten uns daran erinnern, wie kam der Typ überhaupt an die Macht? In 2016, die Corporate Democratic Party Establishment, entworfen von Hillary Clinton's failed campaign, legte ein Vakuum für Trumps right-wingen Populismus. In 2016 schuf sozusagen das Establishment der Demokraten, verkörpert durch die gescheiterte Kampagne von Hillary Clinton, erst den Spielraum schuf das Vakuum für Trumps Kampagne des rechten Populismus. Das demokratische Establishment streckte von nichts zurück, um zu verhindern, das ist die Idee von Bernie Sanders. 15 Dollar Mindestlohn, Gesundheitsversorgung für alle, die Steuerung der Reichen ist in die Wahl schaffend. Die haben überall die Lüge verkündet, dass die Politik des Establishments der Demokraten der beste Weg wäre, um Trump zu besiegen. Aber es war genau die den Konzernen ergebenden Politik von Hillary Clinton und ihre Verbindung zur Wall Street, die Trump überhaupt erst in die Lage versetzt haben, sich selber als eine Art Außenseiter zu präsentieren, der den Sumpf reinigen würde von all den Lobbyisten, Milliardären und Karriere-Politikern, die die Flure der Macht bevölkern. Und genau dieses Establishment der demokratischen Partei sieht heute mit Schrecken auf eine mögliche Kampagne Bernie 2020. Und natürlich wollten die demokratische Establishment Trump besiegen, aber ihre größere Priorität war es, Bernie Sanders zu besiegen. Und diese Establishment-Demokraten haben ihre Lektionen immer noch nicht gelernt. Im Februar dieses Jahres hat der Winderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, einer der mächtigsten Demokraten, deutlich gemacht, wie weit die Demokraten bereit sind, Trump entgegenzukommen. Schumer bot an, vollständig dafür zu stemmen, die rassistische Grenzwahl nach Mexiko vollständig zu finanzieren. Und Aktivisten und auch viele lebenslange demokratische, also Leute, die immer für die Demokraten gestimmt haben, sind wütend über dieses Verhalten der Führung, die weit zu Trump entgegenkommt. Und die Demokraten haben so gut wie nichts getan, um Trump dabei zu stoppen, Billionen umzuverteilen von Sozialausgaben hin in die Taschen der Millionärer. Das Establishment der Demokraten hat ihre Lektionen nicht gelernt, aber Genossen und Genossen, wir in der Arbeiterklasse, wir sollten die Lektionen lernen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass bei den Verhandlungen hinter verschlossenen Türen und mit dem Establishment schon irgendwann rauskommt, dass wir Trump loswerden. Und wir müssen verstehen, dass, ja, es gibt eine Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft, aber es ist nicht zwischen halben der amerikanischen Klasse, der rechts und halben der links, sondern es ist zwischen den extrem wehrlichen und dem restlichen uns. Und wir müssen verstehen, dass die wahre Polarisierung innerhalb der amerikanischen Gesellschaft nicht zwischen 50 Prozent der Leute verläuft, die sich politisch nach rechts orientieren und den anderen, die sich nach links orientieren, sondern es ist die wahre Polarisierung zwischen einer reichen Minderheit und dem Rest von uns verläuft. The statistics on poverty, inequality and other misery that is faced by the majority of Americans at the same time that the country is the wealthiest it has ever been are incredible. Guckt man sich die Statistiken an, in einer Zeit, wo das gesamte Land so wohlhabend ist wie noch nie und gleichzeitig die extremen sozialen und ökonomischen Härten für einen Teil der Bevölkerung ist es wirklich atemberaubend. Polls have shown that over half of the American population would not be able to withstand a 400 dollar unexpected expense. Umfragen haben ergeben, dass rund die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung schon in riesige Probleme kommen würden, wenn sie eine 400 Dollar unerwartete Ausgabe hätten. Und große Teile der amerikanischen Arbeiterklasse leben immer nur eine finanzielle Katastrophe oder ein finanzielles Ungeschick oder Missgeschick entfernt von der Obdachlosigkeit. Not to mention the social crisis based by the millennial generation. Und nicht zu vergessen die soziale Krise, dass sich die Generation der Millennials, also der um 2000 herumgeborenen oder etwas vorher und um 2000 herum aufgewakten sind, gegenüber sind. Zum ersten Mal in der US-Geschichte wird es dieser Generation schlechter gehen als der Generation ihrer Eltern. Student debt has climbed well over a trillion dollars. Die Gesamtverschuldung der Studierenden liegt etwas über einer Billion Dollar. Weltweit hat die Wahl von Donald Trump den rechten Aufschwung oder Auftrieb gegeben. Wir haben auch überall gesehen, dass der beste Weg, den Aufstieg der Rechtspopulisten zu bremsen und zu kontern, die Politik für die Arbeiterklasse ist, wie wir sie vor allen Dingen gesehen haben mit dem Wahlmanifest von Jeremy Corbyn in Großbritannien. Die Tories in Großbritannien haben weitere Probleme jetzt. Diese weltweite Bedrohung des Aufstiegs des rechten Populismus macht es umso dringender, dass wir Alternativen entwickeln, eine Bewegung entwickeln, die in der Lage ist, die von der Macht zu verdrängen. Was die Arbeiterklasse in den USA macht, kann weltweit eine elektrisiere und eine richtig wichtige Bedeutung haben. Trump hat angegeben mit dem Zustand der US-Wirtschaft, aber wir wissen, dass die ökonomische Erholung sehr löchlich, sehr begrenzt ist und vor allem den oberen Schichten zugute gekommen ist. Die Erholung in den USA noch weltweit massiert zum großen Teil auf neuen Blasen, die an irgendeinem Punkt wieder platzen werden. Die Kapitalisten und ihre Politiker bieten keinen Ausweg aus Niedriglohn und den enormen Kosten für die Miete. Weder die Globalisierung im Interesse der Konzerne noch die so wie Amerika-First genannte Erweisung des Protektionismus und der Handelskriege bieten einen Weg nach vorne. Wir sind jetzt an einem Punkt in der amerikanischen Geschichte, wo wir es gar nicht mehr nötig haben, den jungen Leuten zu erklären, dass sie kämpfen müssen. Die Frage ist eher, was ist der Weg, wie soll er kämpfen, was ist die Strategie nach vorne? Nur ein Beispiel. Auf dieser Konferenz wurde schon häufig erwähnt über die Wohnungskrise und die explodierenden Mieten in ganz Europa. In Seattle haben wir eine ähnliche Situation und wir haben gleichzeitig zwei der reichsten Männer der Welt, Jeff Bezos, also Amazon-Chef und Bill Gates, ex-Microsoft-Chef, dort wohnen. Und die Menschen in Seattle sind entschlossen zu kämpfen für bezahlbare Wohnungen. Den Tag bevor sie hierher nach Berlin geflogen ist, gab es eine Kundgebung unter dem Motto, besteuert Amazon, um bezahlbare Wohnungen zu finanzieren. Aber die zentrale Frage unserer Bewegung ist zur Zeit eigentlich, sollen wir mit einer Klassenkampfhaltung an unsere Forderung rangehen und die Bewegung entwickeln? Oder sollen wir unsere Forderung auf das begrenzen, was für linke, liberale Politiker noch akzeptabel ist? Socialist Alternative spricht sich eindeutig für die Klassenkampfhaltung aus. Als wir unsere erste Kampagne in 2013 gemacht hatten, also den ersten Wahlkampf, da gab es ein großes Raku auf der Linken in Seattle. Socialist Alternative, through our victory, pushed the door wide open. Und durch unseren Wahlsieg haben wir gewisserweise die Türen weit aufgestoßen. In the four years that we have been in office, we have not only won the historic $15 an hour minimum wage, but we have won a whole series of renters' rights and other victories for the indigenous population. Und in den fünf Jahren, wo sie im Amt ist, haben sie nicht nur den historischen Sieg erzielt, in Sierra als erster Stadt den 15 Dollar Mindestlohn durchzusetzen, sondern eine ganze Reihe von sieben für die Rechte von Mieterinnen und Mietern und für die indigene Bevölkerung erreicht. Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Feierlichkeit mehr zum Kolumbus-Party gibt, denn Kolumbus ist Kassenörder. Wir haben dafür gesorgt, dass es ein Tag, der indigene Menschen gibt. Wir haben es wesentlich leichter gemacht, für Mieterinnen und Mieter umzuziehen, weil wir die Belastung, die sie dann an den Vermieter bezahlen müssen, wesentlich reduzieren können. Wir haben ein Verbot von Mieterhöhungen in Wohnungen durchgesetzt, die unter den Standard liegen, also die nicht so doll sind, die Wohnungen. Wir haben es geschafft, einen Vorschlag zurückzuschlagen, der dazu geführt hätte, hätte das für Leute mit geringem Einkommen, die Mieten um 500% gestiegen werden. Aber es wäre für diese Menschen der Fahrschein in die Obdachlosigkeit gewesen. Aber wir haben uns gewährt und haben das Werk gewonnen. Aber es ist absolut wichtig zu sagen, dass keiner dieser Siege wirklich gewesen wäre, wären wir nicht bewaffnet gewesen mit einem marxistischen Programm und unserer Verankerung im Komitee für eine Arbeiterinternationale. Our clarity that capitalism offers no way forward and the need to link the day-to-day struggles of working-class people to the vision of a different society. Das ist unsere Klarheit, dass der Kapitalismus keinen Ausweg bietet und dass es nötig ist, die täglichen, die Tageskänze mit der Vision einer anderen sozialistischen Gesellschaft zu verbinden. Das war wichtig. Und unsere permanente und beständige Weigerung, irgendwelche Deals mit anderen Politikern zu machen und uns stattdessen auf die Stärken der Bewegung zu konzentrieren und uns darauf zu beurteilen. Two or three years after we were elected, there was an exodus of establishment White-Wing Democratic Council members. Zwei, drei Jahre nachdem Schama gewählt wurde, gab es den Abgang vieler eher establishment- und rechtsorientierter Demokraten. I used to hear them say that City Hall is no longer fun for them. Oh, wow. City Hall is no longer fun for them. Okay. Und sie meint, das war halt kein Spaß mehr. Das Stadtparlament war für die kein Spaß mehr. Because it's no longer nice, you know, all the working-class people come and shout at them. Und es ist eigentlich nicht so schön, wenn du da dauernd sind, und da kommen irgendwelche Leute, die mich abschreien und protesten. Aber, comrades, while this shows the strength of our politics, we have now moved into more complex territory with very progressive democratic politicians being elected. Das heißt natürlich einerseits die Stärke in unserer Bewegung, aber wir bewegen uns jetzt auf ein etwas komplexeres Thema. Es werden jetzt nämlich mehr progressive, sich linkergebende Demokraten gewählt. So, for this concrete movement that is happening right now, to tax big businesses like Amazon, to fund affordable, permanently affordable city-owned housing, there is a deep confusion and questioning going on in the movement. Und gerade diese Bewegung, die wir jetzt haben, nämlich Amazon besteuern, um beständig bezahlbare Wohnungen in Seattle zu haben, in dieser Bewegung gibt es durchaus Verwirrung um einige Fragen. Und einige der so von Aktivisten, eher so die liberalen Aktivisten, haben vorgeschlagen, wir sollten vor allem Druck aufüfen und mit den mehr fortschrittlicheren Politikern reden und mit denen Kompromisse schließen. Und sie haben der Basis gesagt, ja, ärdert die Politiker nicht, wir müssen mit denen arbeiten. Und das ist eine Ablehnung der Trust-Kanz-Methode. Und sie versuchen gerade die Bewegung runterzuhandeln, von 150 Millionen Einnahmen im Jahr auf rund die Hälfte, auf 75 Millionen Einnahmen. Und sie sagten auch der Basis danach, er kritisiert Amazon nicht. Benutzen bitte keine Taktiken, die irgendwas stören, also irgendwo Lärm machen oder was besetzen oder so. Und Socialist Alternative versucht genau die entgegengesetzten Taktiken in der Bewegung zu verankern. Wir sagen gesteuert Amazon. Und diese ehrliche Haltung, diese Haltung der Opposition in des Kampfes ist auch durchaus Anzug für neue Schichten, für die besten Aktivisten und bringt auch neue, jüngere Schichten in die Bewegung. Und noch einige weitere Beispiele, wie wir für Klarheit in der Bewegung sorgen können. Und das beste Beispiel für das, was gerade in den USA abgeht, ist eigentlich das, was abgeht in den Staaten im Süden, den roten Staaten, also den republikanischen Staaten, die Rebellion in den roten Staaten im Süden der USA. You explain what the red means Republican, not Congress. Also rot ist die Farbe der Republikaner, blau die Farbe der Demokratie. There is a kind of conflagration breaking out in West Virginia, Oklahoma, Kentucky, and Arizona. There must be cancer in West Virginia, in Oklahoma, in Kentucky, and in Arizona. In West Virginia, the teachers just conducted a successful nine-day wildcat strike in a state where striking is illegal. Also in West Virginia haben die Lehrerinnen und Lehrer einen neuntägigen Willen inoffiziellen Streit durchgeführt in einem Bundesstaat, wo Streiten de facto illegal ist. There are many lessons from this successful strike action. One of those is exactly to the question of strategy. Es gibt viele Lehrer aus diesem erfolgreichen Streit in West Virginia und eine, die zieht sich auf die Strategie. The labor leadership for many decades has rejected a class struggle approach and tied itself at the hip to the democratic establishment. Die Führung der Gewerkschaften hatten wir in Klassenerhaltung über eine ganze historische Periode verworfen und sich selbst an die Führung der Demokraten gekettet. Und über lange Zeit war die Taktik in vielen Arbeitscamps. Wir füllen uns darum, was in unserem Lokal vor Ort passiert und über die Belegschaften woanders machen wird, über den Kampf insgesamt, machen wir uns gar keine Gedanken. The West Virginia teachers rejected all of this misleadership. Und die Lehrerinnen und Lehrer in West Virginia haben all diese falsche Führung zurückgewiesen. The 95 elected leaders of every county in West Virginia went to every public school in the state and said, we need you with us. Es wurden von der Basis in jedem county in West Virginia Vertreterinnen und Vertreter gewählt und die sind zu jeder öffentlichen Schule gegangen und haben gesagt, wir brauchen euch in diesem Klass. Es gibt 55 counties in West Virginia. Es gibt 55 counties, also Landkreise in West Virginia. The rank-and-file leadership of the teachers' union went to all the public school employees and said to them, Und die Führung der der Gewerkschaft, der öffentlich Bediensteten ist auch zu jeder Schule gegangen und hat ihnen gesagt, We don't care if you're in our union. We don't care if you're in our union. If you're not in our union. Ja, es ist egal, ob ihr in unserer Gewerkschaft seid. We don't care if you're not in our union. We don't care if you're not in a union at all. We don't care if you're a teacher, an administrative services worker, a custodian worker, a bus driver or a cafeteria worker. Es ist egal, ob ihr Lehrer seid oder Beschäftigter in der Verwaltung, ob ihr Busfahrer seid oder in anderen Bereichen arbeitet. If you serve the public school students of the state of West Virginia, then we will stand together. Wenn ihr irgendwie mit den an öffentlichen Schulen in West Virginia Beschäftigter zahlt, dann kämpft ihr gemeinsam. This was completely different than the strategy that Labour has used for decades. Und das ist eine ganz andere Strategie, als die Gewerkschaftsführer es jahrzehntelang betrieben haben. To those liberals who will betray our movement and demand from us Horns that we should have unity. We say this is the kind of unity we want. And we liberalen, die unsere Bewegung verraten und betrogen haben und uns Marxisten sagen wollen, wir wollen Einheit, sagen wir, das ist die Art von Einheit, die wir haben wollen. Es gibt noch eine weitere Lektion, die wir aus der Rebellion in den roten Staaten lernen können. Oklahoma, West Virginia, Kentucky and Arizona are all states that Trump won in the election. West Virginia, Oklahoma, Kentucky and Arizona sind alles Bundesstaaten, die Trump in der Wahl gewonnen hat. In fact, in Oklahoma and West Virginia Trump won every county. Tatsächlich hat Trump in Oklahoma und West Virginia jeden einzelnen Landkreis gewonnen. And yet these are the teachers that are showing the way forward for the labor movement. Und das sind jetzt die Lehrerinnen und Lehrer, die den Weg vorwärts für die Arbeiterbewegung zeigen. These are also states, where in the democratic primary Sanders either won by big margins or Clinton won and just narrowed. Und das sind alles Staaten, wobei die Vorwahlen innerhalb der Demokraten entweder Sanders klar gewonnen hat oder Clinton nur ganz knapp gewonnen hat. Comrades, this shows that while holding the line strong on the questions of racism, sexism, homophobia and anti-immigrant hysteria by putting forward a very clear class-based program we can head over even Trump voters. Aber gleichzeitig können wir mit einem klar klassenbasierten Programm auch Wählerinnen und Wähler von Trump gewinnen. It is no coincidence that in many states you see this pattern that is the democratic primary Sanders won against Clinton but then Trump took that stake in the general election. Es ist kein Zufahr, dass wir in vielen Bundesstaaten das Phänomen sehen, dass da wo Sanders in den Vorwahlklag gewonnen hat, am Ende Trump diesen Start gegen Clinton geholt hat. This shows that there is potential for us to build strong left movements and also that there is potential for a real mass workers or left-wing party in the US. But it will mean for the working class to run strong independent campaigns that are connected to the concrete demands and aspirations of regular people and that those campaigns are used to amplify and build those movements. We need a left-political alternative that will not depend on the money of billionaires but instead on grassroots organizing and run strong independent left candidates who refuse to take a dime in corporate cash. and all the discussions this whole weekend have shown that while there are many differences in the specifics of our struggles the working class everywhere is grappling with the same questions. And the discussion at this weekend has shown that there are very concrete differences between the different countries but in principle that the working class is the same problem everywhere against the same questions. We need globally powerful movements capable of bringing to an end once and for all this broken system of capitalism which breaches poverty environmental destruction and will surely breed future Donald Trumps We need a powerful international movement to this system to an end to bring this kaputte system which is Armut Umweltverstörung and probably new Donald Trumps hervor bring But the rise of the right is not inevitable The rise of the right is not inevitable So I urge you comrades and friends to join us join the CWI in building the struggle for a socialist future based on solidarity democracy and equality Liebe Freundinnen und Freunde ich freue mich auf euch uns anzuschließen und mit dem Komitee für eine Arbeiterin internationale den Kampf für eine sozialistische Zukunft aufzunehmen basiert auf Sozialismus auf Solidarität Demokratie und Gleichheit Applaus 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 Homeres and friends We have a world to wait Vielen Dank. Applaus O, I, Internazionale Solidarität! O, I, Internazionale Solidarität! Applaus O, I, Internazionale Solidarität!